Hallo ihr Lieben, eine neue Folge, heute ein Gartenrundgang und ich habe ja schon in der vorletzten Folge der große Anzugknaller angekündigt, dass ich Gästebild bzw. Zuschauerbild mäßig was mit euch vorhabe. Und was das ganze auf sich hat, das erfahrt ihr gleich in diesem Video. Heute läuft es ein bisschen anders. Heute ziehe ich das Pferd von hinten auf. Ich beginne hier hinten beim Bunker und Chill-Eckenbereich. Da gibt es ein bisschen was Neues. Da gibt es ein bisschen was Neues. Fangen wir hier doch an. Also ich würde sagen, hier am Bunker habe ich einiges freigemacht an Erde. Direkt neben Bunker, hier möchte ich ja noch Tomaten haben. Wenn ich das alles hinkriege, wie ich mir das vorstelle, dann wird der Schutthaufen hier auch bald verschwinden. Und hier an der Bunkerwand werden einige Pflanzen dann halt ihren Platz finden. Wir sehen könnt, ich bin ein gutes Stück weit tief gekommen und dieser ganze Unkrautkram und so weiter, der ist natürlich weg. Ich bin super happy und habe die Erde natürlich auch drüben in der Ertragszone, so nenne ich sie jetzt einfach mal provokant, was das auf sich hat, kommt irgendwann mal. Es hat was mit Hortos und so weiter zu tun. Egal, vergesst das mal gleich wieder. Aber auf jeden Fall, wie gerade schon erzählt, vorne da an der Wand, den ganzen Bereich wollte ich so gut es geht mit Tomaten nutzen. Ich muss noch gucken, wie die Ecke ist. Da ist noch ein bisschen viel Schatten. Vielleicht kommt da aber eine Gurke hin. Die mögen ja nicht den ganzen Tag volle Sonne. Von daher wäre das vielleicht ideal. Wo wir dann halt auch gerade bei den Tomaten hier vorne sind. Ja, also das sieht natürlich noch wüst aus. Habe ich aber noch vor, natürlich fertig zu machen. Da kommt natürlich auch wieder Tomaten ein. So wie letztes Jahr. Das hat mich total begeistert und die wachsen da echt super. Sehr, sehr zufrieden. Hier in der Chill-Ecke, ja, letztendlich schon wie lange angekündigt. Ich habe hier die Hängematten angebracht. Bin hammer happy. Wurde schon fleißig genutzt. Richtig schöne Ecke geworden. Habe oben das an den Bäumen natürlich befestigt. Überlege aber bei der blau-gelben das Ganze vielleicht ein bisschen tiefer zu setzen. Denn ich finde das Liegeverhalten, ich nenne es jetzt einfach mal so, von der Hängematte dahinter schöner und die ist auf jeden Fall flacher befestigt. Ansonsten, wenn man hier unten guckt, natürlich alles ein bisschen frei gemacht. Bin da sehr happy mit. Wie ihr sehen könnt, meine Chill-Ecke, die mache ich immer weiter fertig. Wird ja auch Zeit, dass das hier auch ein bisschen Form annimmt und man hier wirklich richtig entspannen kann. Letztes Jahr habe ich nicht genug entspannt und dieses Jahr habe ich damit angefangen, das natürlich zu nutzen. Was bringt das ganze Gärtnern, wenn man das natürlich nicht genießt und ausnutzt und sich erdet und runterkommt? Ja, diese Schaukel, die macht sich nach wie vor bewährt. Ist sehr beliebt. Eigentlich alles beliebt. Also ich finde jeden Platz für sich sehr, sehr angenehm. Direkt hinter der Schaukel habe ich noch ein paar Pflänzchen stehen. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Hier vorne natürlich fahren. Bei den anderen habe ich das vergessen. Mutter, du darfst mir noch mal helfen, auch wo du gerne wachsen mögen und finden können. Aber bisher sieht das ja ganz gut aus vom Plätzchen her. Giersch wächst bei mir natürlich in Haufen, in Massen, einfach genug für die meisten Unkraut. Das ist für mich etwas, was man essen kann. Hat wohl viel Eisen. Also auch gesund. Hat Vitamine. Hat das Vitamine? Eisen. Werde ich noch mal recherchieren und euch einblenden. Ich gucke mal. So, da kommen wir her und hinter dem Bunker oder daneben, je nachdem wo man steht und wie man das betrachtet, hatte ich ja die ganze Zeit das Holzlager. Das habe ich aufgeräumt. Ein paar Sachen entsorgt, ein paar Sachen verwendet. Und ganz, ganz wichtig, der Tank ist endlich jetzt mal hier. Der hat mich vorne natürlich auch gestört, wie andere natürlich bestimmt auch. Aber jetzt ist er hier. Ich bin happy. Ob er direkt an der Stelle bleibt, weiß ich nicht. Aber vorerst ist das mal der richtige Platz. Rucola ist kräftig am Blühen. Übrigens habe ich da einen Tipp für euch. Wir hatten mal ein bisschen Geschmackstest und dieser späte Rucola, also seht zu, dass ihr ordentlich gesunde Blätter kriegt, schmeckt deutlich besser für meinen Gaumen auf jeden Fall. Es ist ein anderer Rucola irgendwie und auch nicht so scharf gewesen. Also probiert das mal aus. Ich muss jetzt sagen, es liegt noch mal zwei Wochen zurück, aber so weit entfernt von dieser Blüte war es dann doch nicht. Also die waren auch schon zu sehen. Übrigens, lasst die ruhig blühen. Die Bienchen und Hummelchen und so weiter, wer auch immer da rangeht. Ich glaube, die Hummeln waren das eher. Die freuen sich wirklich richtig über diese Teile. Na, was ist da wo drin? Letztes Jahr schon dabei war oder auf jeden Fall meine Videos nachträglich gesehen hat. Der weiß, dass ich da letztes Jahr meine Brennerseile auch drin gemacht habe. Und tatsächlich heute das erste Mal wieder Brenner sind reingekommen. Ich zeige euch das mal, damit ihr gleich wisst, wie das geht. Das sieht dann bei mir so aus. Ich habe quasi alles klein gehäckselt. Übrigens, wie ihr sehen könnt, wenn da irgendwas anderes mit reingerät, lasst das doch drin. Leben bringt Leben. Ich bin fest von überzeugt. Ich habe das natürlich alles ein bisschen klein gehackt. Kann man auch kleiner machen, muss man aber nicht. Ist völlig ausreichend. Ich habe das ja letztes Jahr getestet. Ich habe da eine Schubkarre rein, habe das alles zerkleinert, zerdrückt, runtergestampft. Da ist übrigens auch Wasser drin. Dann, ich warte mal, kann man nicht sehen. Doch da, jetzt könnt ihr das sehen. Also ein bisschen mehr Wasser könnte noch rein, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Beziehungsweise, eigentlich möchte ich das ja noch von oben beschweren. Nein, streicht das aus eurem Kopf. Nicht noch extra Wasser, das reicht. Da kommt noch irgendwie steinmäßig was drauf. So habe ich es letztes Jahr auch gemacht. Und dann kann man einen ganz tollen, selbstgemachten Dünger rausziehen. Falls ich jetzt noch was vergessen habe, ich blende euch das ein. Ich denke mal, wie lange ich das hier behalte, bevor ich es dann einsetze. Also ich gehe da nach Geruchsprobe, aber ich werde euch mal einblenden, worauf ihr dann achten müsst. Also wie ihr das machen könnt. Also bleibt euch ja frei überlassen, was ihr daraus macht. Gut, Deckel wieder drauf. Hier vorne auf meinem Podest, so wie auch letztes Jahr schon Beinwell am Wachsen, ist eine Heilpflanze. Die Wurzeln, die kann man auf jeden Fall zu einer Salbe etc. verarbeiten. Und das hilft bei Knochenbrüchen, Wunden und so weiter. Details könnt ihr gerne aus dem Internet ziehen, falls euch das interessiert. Für mich im Garten und für euch diese Geschichte. Die Blätter, die könnt ihr wie Spinat quasi kochen und in irgendein Gericht reintun. Und ja, das mitessen. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin gespannt, wie der Schmeckkonom das zu empfehlen ist. Der Apfelbaum, ja, die Blätter kommen, die Blüten gehen auf. Das sieht auch schon ganz toll aus. Ich habe natürlich den Baumschnitt noch nicht so gemacht, wie ich wollte. Wie ihr sehen könnt, viel zu lang. Da werde ich handeln, wenn es dann extrem wird. Ansonsten kriegen die Dinger wieder Krücken, so wie letztes Jahr. Es geht ja irgendwie doch. Und ansonsten ist das natürliche Auslese. Ja, vorne hat das Video hier angefangen, beziehungsweise im zweiten Schritt. Und ja, hier vorne tut sich natürlich auch einiges. Das zeige ich euch jetzt direkt. So sieht das gerade bei mir aus. Ich bin immer noch begeistert. Ich habe vom Salat schon richtig viel gehabt. Aber hier ist lauter Unkraut, Beikraut, wie auch immer. Das supfe ich mal ab und zu immer durch. So wie jetzt, dass ich Lust und Laune habe. Ja, wie gesagt, Salat. Hier ist ein Lollorosso zwischen. Das andere ist, glaube ich, ein Pflücksalat. Schimpft sich so, ne? Ja, und lauter Radieschen, die ich nach und nach raushole. Guckt mal, ich habe ja erzählt vom Herbst. Sieht doch toll aus. Hier auch, da auch. Die anderen sehen hier auch schon gut aus. Und ein paar Pflänzchen habe ich ja nachgepflanzt. Und die kommen auch so nach und nach. Hier sind die klein. Da wird mit Sicherheit auch noch was kommen. Ja. Das Bild will ich jetzt nicht weiter überstrapazieren. Gehen wir zum nächsten. Ganz unspektakulär. Hier gibt es natürlich noch nicht so viel zu sehen. Begleitmusik von einem Vogel. Sehr gut. Allerdings hier vorne. Und zwar, hier könnt ihr sehen. Zack, 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 zack. Diese ganze Reihe. Das sind Erbsen. Die möchte ich hier einmal auf der Seite runterranken lassen. Ganz vorne habe ich eine Sunweaver drin. Die muss irgendwo da stecken. Da ist sie. Hat schon ein Grad mitgemacht. Also lebt immer noch. Und ja, nächste Nacht werden es minus ein Grad. Ich bin gespannt. Das ist so ein kleiner Feldversuch. Ich habe noch eine zweite Pflanze an anderer Stelle. Dazu gleich mehr. Nur der Kohl, der sieht natürlich noch gut aus. Aber ansonsten, ich habe Sellerie, chinesischen und diesen Standard-Sellerie, Standard-Anführungsstrichen. Er ist natürlich eine Bombe. Obwohl, ich habe ihn noch nicht probiert. Eigentlich darf ich das noch nicht sagen. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ups, über die Hake gestolpert. Übrigens, bei mir ist das umgekehrt. Wenn man das mit der Hake, da gibt es ja so ein Aberglauben. Oder beziehungsweise, ich sage mal, so ein Sicherheitstrick. Wenn man die jetzt so hinstellt wie ich, ist es richtig. Wenn man es andersrum macht, dann läuft mir in der Gefahr, dass man darüber stolpert. Meine Statistik sieht anders aus. Also immer, wenn ich sie so hinstelle, laufe ich drüber und tue mir weh. Andersrum irgendwie nicht. Keine Ahnung, was bei mir so ist. Alles anders. Ach, übrigens fiel mir gerade nicht ein, was hier vorne noch drin ist. Das ist der Porree. Ja, kommt aber noch nichts. So viel zu den Beeten hier vorne und am Apfelbaum oder neben Apfelbaum. Übrigens, ich habe die ganzen saattreibenden Pflanzen. Sie haben auch geblüht. Ich fand das voll toll. Aber blaue Blütchen habe ich daran gesehen und weiße, wenn ich mich richtig erinnere. Egal, die habe ich hier mal rausgeholt. Das Teil unten, das werde ich gleich noch naschen. Und ich habe das von heute Vormittag vergessen. Deswegen sieht das schon so trostlos aus. Ja, aber ich wollte natürlich nicht, dass sie sich wild aussehen, weil ich habe noch drei Tütchen Saatgut von genau dieser Sorte. Also brauche ich im Moment nicht. Das kann ich nächstes Jahr machen und ich weiß jetzt, wie es geht. Gut, dann einmal von hier drüben zu dem drüben. Und zwar, das habe ich heute gemacht. Ich habe ein paar Holzkästen Geschenke gekriegt. Die habe ich so ein bisschen asymmetrisch hier hingepackt. Man sieht das jetzt von hier auch nicht so deutlich. Man sieht, das eine wird größer und hier vorne an den Kanten, dass sie sich so ein bisschen x-mäßig entgegenstehen. Einmal habe ich nach oben offen gemacht und einmal nach unten. Aber mehr kann ich da sitzen, ich erkläre, spielt auch keine Rolle. Ist auch total unwichtig. Auf jeden Fall habe ich hier den Platz vorbereitet für vier Freilandtomaten. Ja, begeistert, begeistert. Und ich freue mich da schon mega drauf, weil die Idee kam mir heute. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nicht vorher daran gedacht habe, das hier vorne nicht auch zu versuchen. Gut, und direkt dahinter ist ja der Johannesbeerstrauch. Den hatte ich ja letztes Jahr schon in voller Pracht, bis die Vögel sich drüber hergemacht haben. Und mir natürlich alles weggefordert haben. Aber ich bin völlig d'accord damit, die sollen sich das gönnen. Ich habe mir auch sagen lassen, oh Mann, das ist hier so ein Umwelt-irgendwas-Geschichtchen. Hier so ein Amtchen-Husum. Da hatte ich eine Freundin hier und die wusste Bescheid und sagte mir, lass das bloß stehen. Ganz wichtig für die Vögel. Und ja, ich würde es ihnen gönnen. Ich will hier auch keine Netze drüber machen, in denen sie sich verfangen können. Ach, ich muss auch mal näher rangehen. Ich rede hier aus der Ferne. Guckt mal, wie toll das hier schon aussieht. Da sind schon die ersten Johannesbeeren dran. Ich bin auf jeden Fall total begeistert. Ja, auf jeden Fall. Ich lasse sie. Gönnt euch Vögel. Netz kommt im Moment nicht in Frage. Da muss ich sowieso überlegen, wie ich das alles mit den Johannesbeeren mache. Oder ich verzichte auf diese Sträucher für mich persönlich. Ist ja sowieso nur so eine Naschgeschichte. Und vielleicht gibt es irgendwann mal eine Ernte, wo man dann sagt, ja, jetzt bleibt ein bisschen mehr für mich übrig. Ja, aber vorerst lasse ich diesen Johannesbeerstrauch in Ruhe. Da vorne waren wir gerade. Und wie ihr uns schwer erkennen könnt, ja, hier ist der Maschendrahtzaun weg. Ja, den habe ich heute zu Ende rausgeknipst. Das ist hier auch nicht der Zaun, für den ich zuständig bin, aber in Gemeinschaftsarbeit. Und die war heute, ja, da konnte ich das auf jeden Fall mal alles abzwirbeln. Ich möchte ja das ganze Stück hier von vorne bis hinten möglichst mit Naturmaterialien machen. Jetzt werde ich einmal auf der Aufnahme sein. Ja, das hier ist natürlich noch alles wild. Da muss ich auch noch bei. Das ist dann beim nächsten Mal dran. Und da ganz vorne, und da gehe ich jetzt mal als erstes hin, da steht ja schon das erste Naturzaunstück, beziehungsweise Naturmaterialien. Ich weiß nicht, was darf man Naturzaun sagen? Für mich ist der Naturzaun immer der, wo die ganzen Äste da so, da kommen wir noch hin. Ich werde das gleich sagen. Ihr könnt mich ja mal unten in den Kommentaren korrigieren oder sagen, wie man das richtig benennt. Ja, und hier vorne könnt ihr auch sehen, weil wir gerade schon hier sind, an dieser Stelle dahinter, hinter dem Zaun, stand der 1000-Lider-Tank. Der ist jetzt, wie gesagt, dahinten, habe ich euch gezeigt. Hier neben dem Apfelbaum steht ja noch meine selbstgebaute Bank mit Palette. Und hier gibt es noch ein paar Pflänzchen. Hier habe ich auf jeden Fall weiße und rote Erdbeeren, beziehungsweise die Moschus, die Zimterdbeere, hier vereinzelt. Das sah vorher so aus. Das war ja alles irgendwie ordentlich. Und hier sind die auch noch zwischen. Das heißt ordentlich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig mache. Also da, ich weiß das nicht, die sind so mickrig und ich habe Schiss, dass sie nicht durchkommen. Hier hinten habe ich noch ein Geschichtchen, das soll zu Hause auf den Balkon. Das war Paprika, Chili, Jalapeno, irgendwas von den Sachen. Ich hatte leider kein Schildchen mehr, also habe ich Pech gehabt. Ich sage aber, ich behalte das und das kommt schön auf den Balkon bei mir. Chinesischer Sellerie, der wächst ja da vorne auch. Oder soll wachsen. Hier haben wir die Kamille, die habe ich auch schon in ein Beet reingebracht. Gucci-Bär muss ich auch mal vereinzeln. Und ansonsten afrikanisches Löwenohr. Mario Anilla ist noch nichts gekommen. Ich kann noch mal gucken. Ein Guto-Cola. Boing. Das war ein Kobucha-Tee. Da kommt ein... Da, könnt ihr selber lesen. Guto-Cola. Mal gucken. Ich werde euch mal ein bisschen was einblenden, paar Infos dazu. Dass ihr wisst, was das ist. Gut. Das war dann auch hier. Hier rechts. Hier rechts ist noch mal Knoblauch-Schnittlauch oder chinesischer Schnittlauch. Den kann ich euch noch empfehlen. Der soll super, super lecker schmecken. Ich muss aber gestehen, selber habe ich den noch nicht so wirklich gehabt. Außer in irgendwelchen selbstgemachten Frischkäsen oder so drin von meiner Mutter. Aber alle sind begeistert um mich herum. Und dem schenke ich Vertrauen. Und so einen Tipp aus der Familie gebe ich auf jeden Fall weiter. Stehe ich voll hinter. Hui, windig. Petersilie, selbst hochgezogen. Alles schön. Thymian vom letzten Jahr. Nochmal Petersilie und nochmal Thymian. Ein Pott habe ich schon verschenkt. Ja, und hier sind noch meine Anzustschalen aus der Wohnung. Jetzt brauche ich sie erstmal deutlich mehr. Da die Fensterbank ist komplett leer. Ich habe nichts mehr zu Hause. An dieser Stelle kann ich es ja sagen, in der letzten Liveaufnahme habe ich es ja schon irgendwie gesagt. Ich sollte eigentlich runter nach Bayern zu Natürliches Leben. Willi und Miri Moritz. Die Waldgeister sollten auch da sein. Und wie heißen sie noch? Heuschreckenabenteuer. War das jetzt richtig? Ihr werdet mir wahrscheinlich zusehen oder vielleicht zusehen. Dann könnt ihr das mal oben reinschreiben. Ich glaube, da war ich richtig. Ich und Namen, das ist immer so eine Sache. Da brauche ich Zeit. Wenn ich mit irgendwem nicht regelmäßig zu tun habe, dann wird es schwierig. Egal. Da gab es eigentlich eine gewisse Planung. Das ist alles weggefallen. Da unten schneit es gerade. Deswegen diese ganze Geschichte mussten wir cancelen und verschieben. Jetzt ist das so, ich werde nicht mehr hinfahren, denn es hat sich auf den 19. verschoben. Und wo bin ich am 19.? Als kleine Erinnerung. Und noch mal eine kleine Einblendung für euch. Ich bin natürlich in Erftstadt zum Garten-Youtuber-Treffen. Ich bin schon ganz aufgeregt, wie ich da alles so treffen werde, kennenlernen werde. Wie ich selber mit dem Ganzen klarkomme. Das ist ja, ne? Klar ist irgendwie immer so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht von außen da. Ja, wenn er das macht, dann muss er auch mit sowas klarkommen. Das weiß er ja vorher. Aber ich finde das alles nicht so schlimm. Ich habe ja so meine Handicaps im Leben und da gehört sowas auch dazu. Ich stelle mich dieser Sache und möchte daran wachsen. Und wie auch immer das kommt, das soll so oben halt daran wachsen. Also ich sehe es immer als Chance, als etwas Positives. Okay, gehen wir mal weiter. Hier habe ich genug Palavar. Das hier habe ich als Naturzaun gesehen oder gemeint. Hier auch nochmal auf der anderen Seite. Bing, 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 bing. So, hier wird es noch ein bisschen eindeutiger. Wie ihr sehen könnt, überall kommt die Weide. Ich dachte, ich habe die so lange liegen lassen. Also die lagen, man sieht sie auch hier oben drauf. Die waren eigentlich schon hin, so hatte ich das Gefühl. Aber überall treibt es grün aus. Hier vorne könnt ihr das ganz deutlich sehen. Also das habe ich einmal rundum. Einmal im ganzen Zaun. Okay, muss ich mit leben. Aber vielleicht schenkt mir das Leben ja auch einen kleinen Denkanstoß, Kreativitätsanstoß. Und ich werde hier irgendwas drauf zaubern. Wenn mich das nachher nervt, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, die irgendwie auszutauschen. Ja, gehen wir mal näher ran. Rechts Rhabarber. Hier haben wir einen Kohl drin. Da haben wir auch einen Kohl drin. Das wird wahrscheinlich der Delikatesse Blaue sein. Dort und dort genau das Gleiche. Der Dritte auch noch. Und ganz links haben wir, wie gesagt, Mangold oder Rote Rübe oder so. Das wird sich noch zeigen. Ich will da jetzt nicht näher rangehen. Ja, irgendwann werde ich euch da wieder auf dem Laufenden halten und euch zeigen, was es letztendlich geworden ist. So ein bisschen Abenteuergärtner muss ja dabei sein. Dann hier ganz links habe ich aus meiner Küche, ich habe ein Kohlrabi gegessen, oben abgeschnitten. Dazu habe ich auch Bilder. Die blende ich euch jetzt mal direkt rein. Und die habe ich hier halt, die Geschichte, nachdem sie gewurzelt ist, habe ich die schön gepflegt hier reingebracht. Das ist hier quasi eine Platte. Wenn ich hier rumdrücke, könnt ihr sehen, das bewegt sich mit. Und ja, äußeren großen Blätter abgerissen und das andere, das wächst jetzt fröhlich für sich hin. Mal gucken, ob da vielleicht ein neuer Kohlrabi draus entstehen kann. Ansonsten, das Ding wird blühen, denke ich mal von aus. Da gehe ich mal von aus, so wie bei den anderen Pflänzchen. Ich weiß ja nicht, ob das überall so einigermaßen gleich ist oder ob sich das nochmal ganz anders verhält beim Kohlrabi. Ich wusste nicht, wie man da Saatgut gewinnt. Also hoffe ich mal aufs Blühen. Ja, also das werde ich weiter beobachten und euch berichten. Hier vorne und leider nicht mehr zu sehen, obwohl nur so ein bisschen. Da, oh, ich bin gar nicht richtig drauf. Da ist der Mehrkohlversuch. Fühlt sich noch stabil an, aber das Blatt ist leider hin. Und ich hoffe, das Ding wurzelt und treibt dann irgendwie nochmal neu aus, weil dahinter entsteht auf jeden Fall was. Ganz, ganz klein. Ja, aber zu klein jetzt. Ich gehe mal weiter. Direkt daneben hier ist jetzt nichts Neues passiert. Beziehungsweise eine Kleinigkeit, aber nicht erwähnenswert an dieser Stelle. Und von hier, hier vorne Knoblauch und so weiter, wächst weiter. Da vorne auch alles. Aber worauf ich hinaus möchte, ist hier. Hier habe ich ja links Lavendel. Ne, also links erstmal einen Baumstumpf. Denn bei dem Löwenzahn habe ich Lavendel, wächst kräftig, kommt nach. Ich habe keine Ahnung, wie man den behandelt. Ich werde aber Löwenzahn und so, das lasse ich einfach mal stehen. Hier haben wir Liebstöckel. Also hier Maggi Kraut. Und was haben wir da? Na, wer weiß es noch? Hier haben wir die Lilien von Steffi. Ich bin total dankbar, weil die sehen toll aus. Tolles Naturmuster, wie ich finde. Also total so Lotusblüten-mäßig. Na gut, auf diesem, ja, Grass-Soden-Hochbeet sieht es toll aus. Übrigens den Knoblauch hier habe ich gedüngt. Der hat einmal einen Schurz Bokashi-Saft gekriegt. Da wächst ein Radieschen. Hier in der Mitte, na, wer weiß es, wer rät es. Ich habe einfach mal einen Topinambur eingebuddelt. Ich weiß nicht, ob das hier so viel Sinn macht. Vor allen Dingen weiß ich das ja, wie Hulle verbreitet. Aber ich werde das schon bekennen können. Hier habe ich noch einen kleinen Salat drin. Da vorne ist Lolo Rosso. Ansonsten hier vorne links, da und da. Und auch vorne am Stein habe ich ja Felssalat. Der schießt in die Blüte. Ich werde mal gucken, wann ich da Samen ernten kann. Da möchte ich ganz gerne was von haben. Und ja, wie ihr sehen könnt, die Erdbeeren auch gut dabei. Eigentlich wollte ich nichts zeigen. Jetzt habe ich es doch getan. Sieht ja auch toll aus, oder? Gehen wir mal hier rüber. Hier vorne habe ich ja Spinat eingepflanzt. Ist so semi-professionell gekommen. Irgendwie war da mal die Wümaus bei. Da haben wir Karotte. Ich habe schon ein bisschen ausgedünnt. Was meint ihr? Soll ich noch mehr ausdünnen? Und hier vorne links Eiszapfen-Radieschen. Sieht richtig gut aus. Aber ich glaube, die brauchen noch mal ein bisschen mehr Platz. Da muss ich auf jeden Fall irgendwo mal die Erde auflockern. Dahinter Schwarzwurzel wächst auch. Bei den Pastinagen habe ich noch nichts gesehen. Beziehungsweise wächst fleißig was. Aber ich kann nicht einordnen, was es ist. Direkt dahinter. Erdbeeren und Zwiebeln fühlen sich wohl. Und wenn ich jetzt mal links gehe. Übrigens ist das hier ein totale Schlachtfeld von der Wühlmaus. Mit dem Wind müsst ihr leben. Ihr kennt das. Ich habe so viele Tage mal gewartet wegen Wind. Aber es funktioniert einfach nicht. Und Popshots, dafür sind das hier echt zu starke Böen. Und wir hatten die letzten Tage auch immer wieder Sturmwarnungen. Ja, also da vorne das kleine gelbe Pflänzchen. Genau in der Mitte jetzt. Ja, genau das da. Das ist die Buschbohne Purple Queen. Die habe ich ja bei Permaglück gewonnen. So geschrieben. Und die habe ich am 14.04. Jahr in den Boden gebracht. Und die ersten Dinger kommen. Ich bin total verwundert, dass sie überhaupt kommen. Ich habe da noch zwei weitere da vorne. Dann an dieser Stelle. Ich habe hier schon das Ranggerüst aufgebaut. Die Erbsen wachsen schon. Ich bin total begeistert. Ich will dieses Jahr doch ein paar Erbsen mehr haben. Und ja, was gibt es noch zu zeigen und zu erzählen? Also ich muss hier immer die Erde wieder runterdrücken, weil die Wühlmaus so aggro ist. Ja, die mag das wohl. Soll sie sich austoben. Ich werde schon irgendwas ernten können. Auf jeden Fall hier vorne habe ich die rote Gartenmelde. Moment, war nicht richtig. Ja, auch am 14.04. reingekommen. Leider noch gar nichts zu sehen. Oder was heißt leider? Ich nehme das ja so an, wie das kommt. Ich würde euch gerne irgendwas zeigen. Aber hier lasse ich einfach mal wuchern. Irgendwann wird was Rotes dazwischen sein. Dann habe ich hier ganz, ganz mini. Könnt ihr das sehen? Ah, so sieht man es ein bisschen besser. Da ist ein Tomatenpflänzchen. Und das treibt gerade wieder neue, kleine, frische Blättchen aus. Das war auch ein Feldversuch. Ich habe euch das ja am Hochbeet da hinten schon beim Apfelbaum gesagt, dass ich zwei Pflanzen hier habe. Dritte eigentlich auch noch, aber die Wühlmaus hat das Ding runtergegraben. Das war einfach too much. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Tomaten beide unterhalb der Erdoberfläche mehr Wurzeln ausbilden. Im Gegensatz dazu die ganzen Pflanzen, die im Gewächshaus sind, die machen das natürlich auch, aber nicht so stark wie die, die jetzt frisch in den Garten gekommen sind. Und dementsprechend geht es natürlich bei denen mehr in die Höhe. Dies hier vorne ist die Tomate-gelbe Birnchen. Direkt daneben, weil Tomaten und Basilikum sich gut vertragen. Das sind gute Beetnachbarn. Das hat auch irgendwelche Vorteile. Der rote Basilikum. Jetzt mache ich es mal ganz unspektakulär. Hier ist mein Kartoffelfeld. Ganz viele verschiedene Sorten. Ihr könnt den Fortschritt erkennen. Ich werde da dann demnächst mal wieder näher drauf eingehen. Ich konnte auf jeden Fall schon Unterschiede erkennen. Vom Kartoffelbeet auch direkt hier an der Seite. Die fette Henne wächst. Die fühlt sich hier wohl. Die darf sich austoben. Also ich bin schon gespannt. Also ich fand das letztes Jahr ein ganz hübsches Ding auf jeden Fall. Da vorne war die fette Henne. Ich stehe jetzt einmal auf der anderen Seite vom Wald. Da habe ich den Frauenmantel von meiner Schwester versteckt. Da. Das ist natürlich ganz toll gekommen. So, kannst du mal scharf stellen. Da haben wir sie. So, ne? Da seht ihr den Tropfen. Das sieht doch toll aus. Ich finde das echt jedes Mal Granate. Ja, und das ist der meiner Schwester. Den will ich einfach nur, dass er überlebt. Mal gucken, wo ich den nachher hinpacke. Und hier vorne haben wir direkt noch große Frauenmantel. Also die zwei, drei Dinger hier. Den Bereich da vorne haben wir nun abgefrühstückt. Und da vorne steht der Baumstumpf und ein kleines Zäunchenstück. Wo ist er denn? Da kommt das Zuschauerbeet hin. Ihr könnt gespannt sein. Da habe ich noch einiges mit euch vor. Ich habe auch einiges erarbeitet. Und wir werden uns auf jeden Fall in diesem Video dafür verständigen, wo die Reise hingeht. Alles andere dann gleich. Hier vorne war ich fleißig. Da hatte ich ja letztes Jahr die Sonnenblumen drin. Ich habe auch dieses Jahr wieder Sonnenblumen reingebracht. Aber ich habe Sonnenblumengeschenke gekriegt, die riesig werden sollen. Da habe ich dann quasi... Ja, wie soll ich das erklären? Ich habe... Das mache ich einfach mal... Wo ist mein Finger? Ja, hier außenrum... Also im vorderen Bereich und da hinten die Ecke. Da habe ich Mais gesät und dann im hinteren Bereich die Sonnenblumen. Da, wo ich jetzt stehe... Hier waren ja auch Sonnenblumen. Das will ich hier noch richtig schön machen. Und auf jeden Fall vom Saatgut aus im letzten Jahr hier fleißig Sonnenblumen anlegen. Knoblauch an dieser Stelle wächst auch gut. Das ist eins meiner Torten. Ja, in diesem Fall Tortenhochstufenbeete, wie auch immer ihr das nennen wollt. Da habe ich hier auf jeden Fall vom letzten Jahr Videos in meiner Playlist auf meinem Kanal. Da könnt ihr ja nochmal stöbern gehen. Da könnt ihr mal gucken, wie das aussah, bevor hier die Quieke alles erobert hat. Ja. Hier vorne ist noch nichts passiert. Passiert es aber weiter. Aber das Keyholebeet, wie ihr sehen könnt, da hat sich einiges getan. Ich habe befüllt. Ich habe eine neue Reihe oben auferlegt. Auch Dachziegel wieder verbaut und so weiter. Gehen wir mal näher ran. Ich zeige euch mal, was ich da Schönes gepflanzt habe. Fangen wir mal ganz links an. Hier vorne habe ich einfach Blumensaatgut reingeschmissen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das behandeln soll. Gefällt mir irgendwie nicht. Vielleicht noch nicht meine Art zu gärtnern. Da muss ich noch reinfinden. Ja, aber ansonsten hier vorne unschwer zu erkennen. Dann ein Ranggerüst. Da habe ich wieder Erbsen drin, in diesem Stück natürlich. Dann in der vordersten Reihe einmal da habe ich Mangold drin, den Mangold Rainbow. Dann kommen zwei Karotten rein. Eine andere Sorte als drüben im Grasrodenhochbeet. Dann habe ich Rote Beete da drin. Auch noch bis zum Holz. Dann die dritte Reihe nach dem Mangold. Und hier vorne nochmal Rote Beete. Dann habe ich hier jede Menge Kohl reingebracht. Auch Blumenkohl, also Kohlrabi und Blumenkohl. Direkt neben dem Kohl hat auf jeden Fall eine Zucchini-Pflanze ihren Platz gekriegt. Gleiches auch da vorne. Hier sind nochmal Radieschen, nochmal eine andere Sorte. Wie hießen sie noch? Cherry Bell. Dann habe ich Wasser, Spinat ja nochmal nachgezogen. Den habe ich hier dann überall reingebracht. Da bin ich auch echt gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, ansonsten ist hier nichts weiter drin. Gut, und was hier dann hinkommt, lasst euch überraschen. Das weiß ich selbst noch nicht so genau. So, ihr Lieben, hier habe ich auch noch ein paar Sachen drin. Basilikum, Koriander, Sonnenblumen habe ich geschenkt gekriegt, drei Stück. Kürbis, Lavendel ist noch nicht am Keim. Weiß ich noch nicht, was ich da so falsch gemacht habe. Tomatenpfänzchen sind auch drin. Kohl, Blumenkohl, Wasserspinat, Radieschen, Salat, Porree oder irgendwas noch. Keine Ahnung. Mehr ist hier jetzt nicht drin, damit würde ich euch jetzt auch nicht überfrachten. Ich denke, das habe ich in der letzten Folge zu Gehüge getan. Allerdings noch ein kleiner Abstecher rüber ins Gewächshaus, wie es da jetzt aussieht bei den Tomaten. So sehen meine Tomatenpfänzchen jetzt aus. Das sind die etwas kleineren. In der Ecke habe ich die großen Pflänzchen. Also man kann das hier hinten auch schon richtig schön sehen. Ja, kommt alles. Jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den schon einige Zuschauer gewartet haben. Für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben, dieses Zuschauerbeet ist für euch da draußen, wie der Name schon sagt. Ich werde hier Sachen für euch anbauen. Und wenn dann irgendwann die Ernte so weit ist und sich das auch lohnt, dann werde ich Kartons fertig packen. Und die könnt ihr zu Hause gewinnen. Geplant ist auf jeden Fall eine Totholzumrandung. Das steht auf jeden Fall schon fest. Ich werde natürlich noch steinmäßig mit Ziegeln und so weiter ein bisschen was reinarbeiten, das so ein bisschen Abwechslung hat. Es gibt ja jetzt verschiedene Sachen, die so in Frage kommen. Und wenn ihr mir mal über die Schulter guckt, ich habe es bei Instagram auch schon per Foto gepostet. Ich habe hier drei Varianten fertig gemacht, allerdings zwei mit Kürbis. Und ich habe mir das Ganze mal ausgemessen und so weiter und so fort. Der Kürbis braucht eine Breite von circa 1,5 Metern. Von der Länge her habe ich 4,5 Meter, 1,5, dann ist das Ganze beetdicht. Vom Verschicken her ist das auch vom Gewicht her ja nicht ohne. Deswegen den Kürbis werde ich leider streichen. Das ist jetzt so meine erste Variante, wie ich das vorhatte. Ich werde mir noch mal was überlegen. Pflanzen zusammentragen. Ich kann euch ja jetzt erst mal erzählen, was Tolles zusammengekommen ist. Ihr habt ja ganz wunderbare Kommentare geschrieben. Ich habe euch gefragt, worauf ihr Lust habt, was in dieses Zuschauerbeet kommen soll. Und da gab es einige Vorschläge. Und bevor ich weiter rumschwafel, hole ich mal mein kleines Büchlein, wo das eigentlich drinsteht. Da ist es. Und ich werde mal reingucken. Oh, das ist nämlich alles durch den Gegend fliegt hier. Da. Da haben wir das Zuschauerbeet. Hier könnt ihr das mal sehen. Wir haben Kürbis von Babswe als Empfehlung gekriegt. Dann hat Saphir46 Saphir geschrieben. Hohe Beetbepflanzung. Sowas wie Tupi Nambu, Jakon. Tupi werde ich nun nicht noch mal pflanzen. Und Jakon habe ich nicht da. Ich muss schon mit dem leben, was ich da habe. Aber Artischockenbeet ist ja umsetzbar. Wie gesagt, Kürbis haben wir schon gestrichen. Artischocker kommt jetzt schon mal ins Spiel. Dann haben wir Bohnen von Karin Meisterwerk. Totholzgerüst. Alte Sorten hat der Rudi Hase in die Runde geworfen. Dann haben wir eine Kräuterspirale von der Naddels. Luffergurken von der Jen. Allerdings nicht gar einen Gemüsekurs. Einfach nur Jen. Luffergurken, wer das nicht kennt. Ich habe mir tatsächlich gestern eine gekauft. Und zwar kann man das als Schwamm benutzen. Und Luffergurken gibt es auch im Internet als Saatgut zu kaufen. Luffergurken werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr anbauen. Da hole ich mir Saatgut und werde mir meine eigenen Schwämme herstellen. Das ist eine ziemlich geile Sache. Denn die Luffergurke, die kocht man nachher. Und wenn man die gekocht hat, dann kann man das ganze, das Mark, das Flüssige, das geht dann raus und bleibt dann so ein Ding über, mit dem man dann sich die Hände schrubben kann. Ja, so sieht das aus. Schwemme Nachhaltigkeitsgedanke. Darum ging es letztendlich. Das hat Jen auch angestoßen. Dann haben wir hier, was haben wir denn? Bärensträucher, Erdbeeren von Nadine Dirks. Dann haben wir der Kai Romeike. Oh, ich hoffe, ich kann meine Schrift gerade richtig lesen. Der hat noch was geschrieben mit Tomaten. Oh, ich hoffe, nicht könnt ihr das sehen hier. Mit Tomaten und Bohnen. Das soll der Knaller sein zusammen. Da soll man richtig tolle Erträge erzielen. Das finde ich spannend. Vielleicht sollten wir das tun. Ja, und dann haben wir hier noch, was haben wir denn? Nimm mal hier gleich oben. Bohnen oder Erbsen. Steht denn da? Ach, eine Teichidee war noch mit drin. Teich kann ich aber gerade nicht umsetzen. Der muss ja auch dicht sein. Das muss alles Hand und Fuß haben. Ich mach da keinen halben Klam. So, auf jeden Fall Rootman, Rockers, Bohnen und Erbsen und die Teichidee. So, was kamen noch an tollen Sachen? Wildblumen, Kräuterbeet, mit Rucola, Fragezeichen, meine kleine Gartenwelt. Dann haben wir Gartenprojekt Glas, da habe ich ganz viel stehen. Der ist ganz toll. Witzig, ich muss mich gerade daran erinnern. Ich habe ja im Dezember eine Folge gebracht. Da ging es darum, Schrebergarten ja oder nein letztendlich. Ich glaube, ich habe 20 Minuten gesabbelt oder 25 Minuten gesabbelt und meine Gedanken zu Tage gefördert, warum ich das befürworte. Und also klar, ganz klaren Daumen nach oben. Wer das nicht kennt, ich werde es da oben mal haben. Und ja, der Lars hat mich ursprünglich auf Facebook gefragt. Ich hatte das generell schon im Hinterkopf, dass ich so eine Folge drehen möchte. Und Lars war dann, ich glaube, im Dezember oder November dann der Anstoß, dass ich das ganze Ding angegangen bin. Und ja, er hat sich dann, er war unentschlossen. Ich hoffe, ich darf das so weiter erzählen, aber ich glaube, das ist alles gut. Er war unentschlossen, ob er sich jetzt einen Garten holen soll oder nicht. Hat sich dann für einen Garten entschieden. Ich freue mich echt megamäßig für dich, Lars. Und was ich noch geiler finde, er ist auch Garten-YouTuber geworden. Es tut ihm gut, er ist sehr kreativ. Ich bin auch schon ganz gespannt auf eine neue Folge. Ja, und den Kanal werde ich euch auch mal oben rechts einblenden. Schaut da mal vorbei. Ich finde es toll und bin total begeistert, wenn so eine Sache hier ansteckt und die Menschen ihre Kreativität ausleben. Tolle Sache, Lars. Schaut da vorbei und lasst bei Ihnen mal ein Abo da. Bei mir dürft ihr das auch. Ich werde das jetzt mal übrigens öfter erwähnen. Ich habe mich selber überzeugt im Anzugknaller. Wieso, weshalb, warum? Ich habe euch ja immer in Ruhe gelassen. Aber ich möchte natürlich, dass ihr abonniert. Und ich hätte auch am liebsten einen Daumen nach oben. Aber ich nehme alles so, wie es kommt und akzeptiere. Aber natürlich auch einen Daumen nach unten, oder wenn mich jemand nicht abonniert. Aber der Demut tut nicht weh. Kanonsgeschichte würde ich sagen abonnieren. So. Labarabarabar. So, zurück zu Lars. Das Gartenprojekt. Hier habe ich ein bisschen was von ihm stehen. Was hat Lars noch geschrieben? Er hatte sich eine Mischkultur ausgedacht zwischen Tomaten, Zucchini, Erdbeer, Kopfsalat. Bei Kopfsalat, den mache ich bestimmt dazwischen. Aber den kann ich ja nicht verschicken, bis er bei euch ist, ist er ja hin. Bei Erdbeeren, Fragezeichen, was meint ihr? Da weiß ich auch noch nicht, ob man die gut transportiert kriegt. Zucchini kein Problem, Tomaten kein Problem. Ja, seitlich am Tomatengerüst. Das war nämlich seine Idee mit dem Wildbienenhotel. Finde ich gut. Hätte bei mir jetzt keine Priorität, weil es erstmal ums Anbauen geht. Und ich muss ja mal gucken, was ich wann mache hier und wie ich das schaffe. Und das muss ja natürlich alles sinnvoll umgesetzt werden. Möglichst sinnvoll. Auch wenn das für euch immer nach Chaos aussieht. Bei mir ist das geordnetes Chaos. Gut, was haben wir noch? Jetzt haben wir den Hortus Andersgarten. Vorhin hatten wir das Hortus-Thema. Hier haben wir ein. Teekräuderbeet. Getrocknete Kräuder kann man super verschicken. Und Gemüse und so weiter. Also super. Und Anis Chaosgarten. Auch eine ganz herzliche Person. Da haben wir Heilkräuderbeet, Tomatenbeet. Und was habe ich hier denn stehen? Oha. Ach so, genau. Ein Blumenbeet mit Totholz für die Wildbienen. Also wahrscheinlich auch so Löcher reingebaut und so. Da kann ich ja irgendwie kreativ werden. Also das sind so die wichtigsten Dinger, die ich... Nein. Ups. Das sind jetzt die wichtigsten Dinger, die ich rausgesucht habe. Und ja, da mache ich mir jetzt nochmal in Ruhe Gedanken, weil das mit dem Kürbis ist mir gerade erst aufgefallen. Aber in Ruhe Gedanken soll euch nicht stören, denn ich werde das einfach umsetzen und mit in dieses Video schneiden. Ich möchte euch aber noch ein paar Pflänzchen zeigen, die da reinkommen. Denn, das habe ich erwähnt, Artischocke, Zucchini. Erdbeeren habe ich euch schon gezeigt. Aber Artischocken und Zucchini werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Wir haben hier sechs Zucchini, zwei fürs Zuschauerbeet, dachte ich mir. Dann haben wir hier die Artischocken. Die könnten da dann auch rein. Würde ich euch auf jeden Fall noch zeigen können. Ach, Gurken haben wir ja auch noch. Schlangen-Gurken, die mexikanische Mini-Gurke, die aussehen wie Milo, wie auch immer sie schmecken mögen. Will ich auch noch mal in den Raum werfen. Das wäre doch vielleicht spannend für euch. Ich weiß nicht, wie das mit dem Transport aussieht. Im schlimmsten Fall muss man mal mit vier, fünf Tagen rechnen. Das soll der ganze Kram ja auch überall, also das ganze Essen-Kram ist es ja nicht, natürlich auch überleben. Das soll natürlich Sinn machen. Ich werde da bestimmt noch mehr reintun. Ich möchte noch was vorschlagen. Ich habe noch da Zwiebeln. Ich habe noch Knoblauch. Was fehlt noch? Ja, alles was ich euch so gezeigt habe. Bohnen kann ich noch stecken, heißt es das? Ja, ich kann mir das nicht merken. Stecken, setzen und ich sage mal einen Bohnensamen in den Boden bringen. So rette ich mich. Das ist die neue Variante. Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht oder es ist ein bisschen doll im Schatten. Ihr könnt sehen, ich habe zusammengetragen Zucchini, Tomate, Bohnen, Erdbeeren habe ich gestrichen. Da habe ich Sorgen wegen Transport. Gurken, Erbsen, Kräuter, Artischocke, Knobi, Zwiebeln, Heilkräuter. Ich habe euch das mal ein bisschen aufgeteilt. Sieht jetzt wild aus. Aufteilung, ich denke das wird so angepasst, dass es nachher passt. Ja, die genauen Ausmaße, die werden sich dann zeigen, wenn ich da wirklich beigehe in der Praxis. Das ist ja alles Theorie. Und ja, das wird schon irgendwie. Aber einmal grob erklärt. Also hier oben haben wir Zucchinis drin. In der dritten Variante habe ich sie unten. Dann haben wir hier sieben. Das müssten die Kräuter sein. Dort sind sie oben. Einmal so zum Vergleich. Denn hier die Zweien, bei allen drei Beeten gleich. Die Tomaten. Hier unten die drei, das sind die Bohnen. Die sollen sich ja gut ergänzen. Da, dort habe ich sie mal oben hingesetzt. Gut, was fehlt noch? Dann habe ich hier die Fünf als Gurke gedacht. Gurke darf den ganzen Tag nicht Sonne haben. Also ein bisschen ruhiger wäre toll. Ich habe eine zittrige Hand. Ich weiß das. Ich kann gerade nicht anders halten. Das ist ein bisschen verkrampft. Ich habe kein Stativ zu Hause. Und heute ist die ruhige Hand leider nicht dabei. Ja, egal. Da eine Gurke, da eine Gurke. Hier habe ich die mexikanischen genommen. Hier habe ich einfach mal die Schlangengurke genommen. Die Acht, das müsste die Artischocke sein. Genau, dort haben wir die Artischocke. In den anderen Beeten einmal dort und einmal dort. Also einfach mal so gemixt. Und verteilt Knoblauch, Zwiebeln. Hier habe ich die Zehen drüber geschrieben. Das war eigentlich erst Erdbeere. Ja, Knoblauch, Zwiebeln. Hier habe ich sie da unten ein bisschen hingepackt. Da, also 9 war Knoblauch, 10 war Zwiebel. Ja, was fehlt noch? Die Heilkräuter, das ist die Nummer 11. Die habe ich noch dazu geschrieben. Da haben wir sie auch nochmal. Und, also sowas wie Lavendel und Kamille. Äh, Lavendel, habe ich Lavendel gesagt? Salbei, Kamille. Und was ich da sonst noch bei mir in der Anzucht habe, wenn das alles so klappt. Ja, und ich glaube, das ist somit alles erklärt. Ich habe die Position ein bisschen variiert und so. Und ich werde euch für die Umfrage das dementsprechend ein bisschen einfacher zusammenpacken. Das nur zur Erklärung. Das sind jetzt meine aktuellen Vorschläge. Und wie wird das jetzt weitergehen? Wie könnt ihr mitentscheiden, was da reinkommt? Ich werde über meine Infokarten, die kennt ihr ja oben rechts, so wie ich das gerade auch schon immer wieder gemacht habe, da werde ich wohl eine Umfrage gestartet haben. Ich hoffe, das hast du gemacht und hingekriegt, Lars. Da werde ich eine Umfrage starten mit verschiedenen Designideen, die ich euch jetzt auch wahrscheinlich schon gezeigt habe. Und ihr könnt dann wählen, was es letztendlich werden soll. Wenn mir noch irgendwo was auffällt, dass Kulturen sich nicht vertragen oder halt wenn es irgendwas zu berücksichtigen gibt oder noch irgendwelche Vorschläge kommen, dann lasse ich das alles mit einfließen. Umfrage werde ich machen. Es wird allerdings nicht in einem Stein gemeißelt sein. Also es soll ja auch alles umsetzbar sein. Wie gesagt, Totholzumrandung ist super, da muss ich nicht noch irgendwas aus Holz bauen, das dauert ewig. Da bin ich mit Totholz definitiv schneller. Die anderen Sachen, ja, alles Step by Step. Wir haben hier vorne auch eine tolle Ranghilfe für Tomaten, Gurken, wie auch immer, was wir da so vorhaben. Und ja, ich bin gespannt und ich finde das total spannend, das mit euch irgendwie anzugehen. Ich habe schon gehört, auf dem anderen Kanal gab es so etwas Ähnliches mit so einem Hochbeetkasten oder so. Ist irgendwie verlaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe es selber nicht mitgekriegt. Das waren nur so die ersten Reaktionen unter dem Video und meinem Vorschlag mit dem Zuschauerbeet. Aber bei mir ist alles anders. Ich bin Lars und das soll nicht heißen, dass ich besser bin, aber Lars-mäßig möchte ich euch gerne versorgen zu Hause. Das wäre doch geil, wenn ihr zu Hause irgendwie Gemüse von mir kriegt. Schrägstrich Obst. Gehen wir es an. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch beteiligt, auch wenn ihr jetzt nicht speziell Bock habt, irgendwie da Gemüse von zu haben. Beteiligt euch mal bitte und lasst uns zusammen dieses Stück hier gestalten. Ich würde mich mega freuen. Ich bin total aufgeregt. Das ist total schön. Ich denke, ich habe alles abgebacken. Umfrage steht. Und ja, alles andere dann beim nächsten Mal. Ich werde natürlich die nächsten Wochen das so vorbereiten. Schon mal mit Totholz und mit Erde und Leben natürlich befüllen, dass wir auch eine gute Grundlage haben für alles, was dann da reinkommt. Ja. So, ich denke, da kann ich sagen, das soll für heute mal reichen. Ich glaube, das ist bestimmt wieder ein langer Gartenrundgang geworden. Ich kann irgendwie nicht kurz, aber ich habe versucht, das kurz zu halten. Aber wenn man die Dinge ist, ist ja auch viel passiert und ich konnte euch auch nun auch echt viel zeigen. Und ich glaube, das war ganz gut angebracht, die ganze Geschichte. Oh, die Sonne. Ja, vorhin war sie noch da, als ich angefangen habe. So, ich bin nicht mehr allein. Ich mache jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars. Ich bin raus.